Heute findet hier in Holland unser zweites Roots & Leaves Treffen statt bei InLight. Der InLight produziert 12V Außenbeleuchtung für Außenanlagen, öffentlich aber auch privat und somit die Galabau das eigentlich selbst installieren kann. Die Veranstaltung bei InLight ist der Wahnsinn. Wir haben ein richtig cooles Lichtermeer. Roots & Leaves ist heute die zweite Veranstaltung. Ich muss sagen, das ist immer ein super Austausch. Wir haben ja auch schon ein Projekt mit David zusammen umgesetzt. Was uns besonders gut gefällt am Netzwerk Roots & Leaves ist die Vielfalt. Also es wird mit Pflanzen gearbeitet. Auf Roots & Leaves bin ich gekommen durch David. Dann hatten wir uns gedacht, warum kein Teil davon sein. Für uns ist das ein unfassbarer Mehrwert, der da generiert wird als Hersteller. Das heißt, wir haben einfach eine riesen Chance, die Kunden eben kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen, unser Produkt vorzustellen. Ich kann jedem Hersteller nur empfehlen, sich diesem Netzwerk eben entsprechend anzuschließen und die Vorteile zu nutzen, aber eben auch, und es ist mir sehr wichtig, das zu betonen, auch immer mehr zu geben, als man nimmt. Mit dem heutigen Tag bin ich absolut zufrieden. Unser Verbund wächst immer weiter. Mittlerweile sind wir 75 Partner und so macht es einfach einen Riesenspaß. Ge Israelites Walker 9 30 15